hallo herzlich willkommen hier heute zu konny dekoriert richtig schönes wetter genau und das ist nämlich heute unser thema eine österliche vasendeko mit einer sukkulente einem osterhasen viel eierschale von unserem am brot gestern und ein bisschen heu und lichterkette und ihr lieben wenn ihr wissen wollt wie diese vasendeko funktioniert bleibt dran weil das zeigen wir euch jetzt und bevor wir nämlich starten möchte ich noch mal ein ganz ganz großes dankeschön sagen für die spenden für die tollen kommentare ja für diese emotionen die wir hatten mit der terrassendeko mich ja genau das hat uns wirklich super super berührt und wir sind super dankbar ist wirklich einiges zusammengekommen aber da geben wir dann noch mal ein feedback aber an dieser stelle noch mal ein dankeschön aber jetzt geht es wirklich los und Untertitelung des ZDF, 2020 Und das sind die Sachen, die wir heute brauchen und das ist nämlich die Basis, die kennt ihr schon, das ist diese große Vase, die wir haben, wir haben die im Plexiglas, aber da kann man jede Glasvase nehmen, die man hat, auch kleiner oder größer, völlig egal. Dann geht es weiter, ich habe jetzt hier noch eine Sukkulente gefunden, dann habe ich hier noch so eine kleine Zimmerpflanze, die möchte ich gerne mit eindekorieren. Den Aludraht brauche ich, glaube ich, heute in Gold, dann habe ich nämlich noch goldene Federn im Keller gefunden, finde ich auch eigentlich sehr, sehr schön, gerade mit diesen braunen Tönen. Dieses Band habe ich mir rausgeholt, so wie dieses Bastband und genau, das ist nämlich der kleine Hase, hier in weiß, finde ich total schnuckelig und der passt gerade noch mal so in die Vase rein, also so haarscharf. Aber ich versuche den da jetzt mit einzudekorieren und das ist das, was ihr braucht, erst ein bisschen Rührei oder Spiegelei, macht die Schale, entweder kocht ihr sie aus oder ihr weicht es ein, so machen wir es auf Hof Oelkers auch immer, weichen das schön ein, machen Spüle rein und dann machen wir einmal hier innen drin dieses Innenleben raus, weil das Tog trocknet sonst so ein und das sieht nicht so schön aus und es fängt auch an zu riechen. Genau, das ist die Schale, haben wir heute im Braun und hier haben wir noch mal Heu und es kann losgehen. Es ist entschlossen, ich habe nämlich hier noch eine kleine Bündellichterkette gefunden und die kommt da heute nämlich noch mit rein, weil diese Deko steht bei uns im Wohnzimmer und da finden wir das immer ganz schön, wenn abends da nochmal so kleine Highlights eingehen, ne Micha? Genau, und Osterdeko kann ja ruhig ein bisschen bestrahlt werden. So, da fangen wir an mit dem Heu und ich nehme jetzt hier erstmal einiges an Heu so hier in die Hand, gehe hier schon mal mit der Vase rüber und mache mir jetzt hier erst einmal eine Lage Heu in die Vase rein, so ganz locker flockig. Jetzt gehe ich mit dem Arm und drücke mir hier das Heu jetzt ein bisschen an den Rand, das geht ja wirklich ganz einfach und den kleinen Muggelhasen hier, den stelle ich mir hier in die Mitte schon mal rein, guck mal. Der ist doch wirklich niedlich, auch so von der Seite finde ich, ist der wirklich entzückend gefunden und der wird jetzt hier eindekoriert und jetzt kommt nämlich die Eierschale und die finde ich auch immer super, super schön. Die kostet so gut wie gar nichts, beziehungsweise wenn man Eier mag, dann hat man sie öfter im Haus und die kann man natürlich hier prima verwenden. Und ich werde jetzt hier die Eierschale ganz locker mit an den Rand reinlegen. Richtig schön eine kleine Schicht einfach nur reinfallen lassen und die kann ruhig kaputt gehen, das macht das natürlich noch natürlicher und ich werde jetzt die Lichterkette, ich habe ja die hier mit dem Timer, ich meine die haben ja mittlerweile alle einen Timer, hier hinten in meine Vase mit reinstecken, ihr könntet das jetzt mit Band auch ein bisschen umwickeln mit Draht oder mit Stoff, damit man das nicht so sieht, aber durch das Heu sieht man sie eh nicht und deswegen lasse ich die jetzt einfach so wie sie ist und ich werde jetzt die Drähte mir hier nur ein bisschen auseinanderziehen, das geht immer relativ flott und werde mir jetzt die Drähte hier den Strang nach hinten legen und den Rest hier an der Seite mit reinlegen und ganz locker oben drauf gelegt und jetzt nehme ich nämlich nochmal das Heu und werde hier auch nochmal ganz locker so eine Schicht einfach oben drauf legen und da könnt ihr natürlich gucken, wie ihr das mögt, wenn ihr gerne mehr Eier haben möchtet, ihr könnt auch hier dekorativ, man kann auch zwischendurch nochmal wieder so ein Ei, ich finde das wirklich super super schön, wenn da überall so kleine Schichten sind und das Ganze natürlich in diesem Glasgefäß drin ist und jetzt kommt hier noch ein bisschen Ei und jetzt kann man auch sehen, finde ich, mit dem Heu und der Lichterkette ist das eigentlich relativ wirklich charmant, oder? Ja, vielleicht auch Na, jetzt haben wir hier wirklich schon so eine kleine Osterstimmung und jetzt gucke ich nochmal, ob ich hier ein bisschen Eierschale noch drauf lege und ja, das mache ich nochmal ruhig auch mit der Außenschale nach vorne legen ich finde diese Osterstimmung entsteht hier richtig, als wenn hier so ein kleiner Hase, wir haben ja hier überall die Felder und hier sind wirklich ganz, ganz viele Kanickel und ja, wenn die Felder nachher richtig schön blühen, dann sieht man sie auch, wie sie ab und zu rausgucken das findet Sophie natürlich immer super interessant und so eine Stimmung wollten wir eigentlich heute erschaffen so, und ich habe jetzt hier diese Sukkulente, die nehme ich mir jetzt aus dem Topf und werde mir hier jetzt nochmal ein bisschen Erde unten abmachen ganz vorsichtig und werde mir jetzt eine große Eierschale raussuchen und die Sukkulente da reinstellen normalerweise nehme ich ja hier immer das Moos und das ist wirklich auch super zu empfehlen weil das kann man hier jetzt wunderbar nämlich reinstecken und richtig schön festdrücken ich habe jetzt hier oben kein Moos, wir haben das Heu aber auch das versuche ich mir jetzt hier einfach nur hier unter die Eierschale rein zu drücken in die Erde und ja, das geht trotzdem wunderbar und ich möchte jetzt diese Sukkulente, ich glaube ich nehme jetzt diese Seite eine zweite wäre jetzt auch super super schön gewesen und stelle mir die hier jetzt einfach hier oben auf das Heu hinein aber auch eine reicht völlig aus wir haben ja die goldenen Federn und die finde ich jetzt auch wirklich richtig klasse also die habe ich glaube ich Ostern noch gar nicht benutzt und die stecke ich jetzt hier einfach in das Glas hinein, so wie ihr sie gerne möchtet und das werde ich jetzt einfach mal tun verschiedene Höhen und das mache ich jetzt mal kann auch ruhig ein bisschen höher stehen ich drehe das mal einmal so drei Stück haben wir vorne drin bei uns ist das Glas wirklich an der Wand das heißt hier hinten ist die Wand das steht nicht frei würde es jetzt frei irgendwo auf dem Tisch stehen würde ich die goldenen Federn einfach so in Position setzen dass man das überall von außen sehen kann dass wir hier aber die Vorderfront als Ansicht haben werde ich die goldenen Federn hier oben nochmal einfach so reinstecken dass man von vorne praktisch das Gold hier hinten noch sehen kann wenn ihr die ein bisschen nach unten haben wollt ich habe hier so ein Holzspieß ich habe den hier zu Hilfe genommen und mir das einfach hier vorne nach unten gedrückt ein bisschen in Position das ist immer noch mal so eine kleine Hilfe und das Band ich finde, guck mal Micha, findest du auch das reicht? das reicht reicht, oder? jetzt können wir hier oben nämlich noch ein bisschen Deko machen und ich finde dieses Band ist auch super passend weil das hat so große Löcher und das lässt auch nochmal ja mit der Vase hier nochmal den Blick durch also man kann hier super durchgucken also das stört nicht sagen wir es einfach mal so ich komme hier nicht heute auf die Worte und ich nehme mir das hier jetzt und mache hier einfach mal einen Knoten rein fixiere mir das dann nehme ich den goldenen Aludraht und den werde ich mir jetzt vorab nochmal eben ein bisschen abschneiden schneiden hier ein Stück ab und werde den, da wir ja jetzt die goldenen Federn haben ich meine, da könnt ihr jede Farbe nehmen, die ihr habt den zack, nehme ich jetzt einfach wir legen uns das hier einfach rum ich habe jetzt ein neues machen müssen ich habe mir einfach ein bisschen zu wenig abgeschnitten also erst mal vorher rumlegen und gucken, wie viel Draht ihr braucht und jetzt habe ich tatsächlich ein bisschen viel aber wie gesagt, wir benutzen das immer wieder ich drehe mir hier einfach nur den Draht hier einmal rum und dann ist es auch super fest das heißt, ihr braucht hier jetzt zum Beispiel keine Klebe oder irgendetwas das hält wunderbar und ihr könnt jetzt gucken was ihr hier gerne euch zurechtbiegen möchtet entweder eine Blume oder ich meine, da ist ja jeder kreativ wie er kreativ ist ich bin da jetzt nicht so kreativ, finde ich aber egal, ich finde das ist völlig egal Hauptsache es macht Spaß ich schneide mir jetzt hier unten die Enden ab und ich möchte hier einfach nur so ein kleines Herzchen und ich finde das passt immer und drehe mir hier unten die Drähte nochmal zusammen und guck mal ich drehe das jetzt hier nochmal eben ja, heute ist nicht so mein Drahttag also ich habe hier ich habe das einfach jetzt hier so ein bisschen ich wollte hier nicht noch weiter rumspielen sonst rutscht mir das hier noch runter und das wollen wir nicht ich werde jetzt hier einfach die Schere nehmen und mir das Schleifenband so überlappend hinlegen und dann kann man hier einfach so einen Schnitt machen und dann hat man auch nochmal ein ganz niedliches Ende ich lege oder würde mir das jetzt hier am liebsten so ein bisschen an die Seite machen damit man den Hasen auch noch wunderbar sehen kann und ich denke so ist das ganz gut so jetzt haben wir hier oben die Schleife und jetzt haben wir ja noch Eierschale und ich finde diese Seite da mache ich jetzt einfach mal ein Heißkleber ran und fixiere mir das hier am Draht halte das ein bisschen fest schön vorsichtig, weil es wird relativ heiß warte jetzt erstmal bis es trocknet und noch ein Stückchen Eierschale da mache ich mir den Heißkleber jetzt von außen ran und ihr könnt das hier ich drehe mir das einfach jetzt mal so rum dass wir die braune Seite außen haben und jetzt kann man hier wie man das schön findet überall die Eierschale miteinander ja, verbinden, verkleben und das mache ich jetzt nochmal ich musste mir das mal eben umdrehen und gucken wie es aussieht weil ich finde es reicht an Eierschale aber ich finde so eine goldene Feder kann hier außen ruhig noch runterhängen und habe die jetzt hier einfach mit Heißkleber ja, festgemacht und ja, ich finde das eigentlich super super schön und ich denke so mit dem Licht und der Eierschale und Heu ist es wirklich österlich und fertig und das ist sie unsere Vase mit Lichterkette schön, da freuen wir uns heute Abend mit Timer brauchen wir nicht groß dran rum suchen und wir hoffen natürlich sehr dass wir euch mit dieser Osterdeko heute inspirieren konnten und dann freuen wir uns über einen Daumen hoch ihr Lieben folgt uns gerne auf Instagram Facebook oder Pinterest da kommen immer so kleine Highlights da freuen wir uns auch immer sehr und auch Feedbacks mittlerweile und ihr Lieben wir freuen uns die Tage wieder mit und für euch zu dekorieren natürlich hier noch in Osterstimmung und ich sage bis bald eure Conny und euer Micha euer Kameramann genau fühlt euch gedrückt bleibt gesund tschüss 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 tschüss